Beatrice Egli bringt ein kleines Mädchen zur Welt, das Ergebnis wunderschöner Liebe mit Florian Silbereisen. Die deutsche Unterhaltungsindustrie ist voller Freude, als Beatrice Egli gerade ein gesundes Mädchen zur Welt gebracht hat, das Ergebnis der schönen Liebe zwischen ihr und Florian Silbereisen. Diese Nachricht verbreitete sich schnell und erhielt herzliche Glückwünsche von Fans und Kollegen. Beatrice Egli, 35 Jahre alt, ist eine der beliebtesten Schlagersängerinnen Deutschlands, mit süßer Stimme und glänzender Karriere. Florian Silbereisen, 42 Jahre alt, ist ein vielseitig talentierter Künstler, bekannt als Sänger, Songwriter und Fernsehmoderator. Dieses Paar hat dank seiner aufrichtigen Liebe und starken Beziehung die Herzen von Millionen Fans erobert. Ihr kleines Mädchen wurde an einem warmen Morgen in einem Krankenhaus in München geboren. Sowohl Mutter als auch Baby sind gesund und Florian war während des gesamten Geburtsvorgangs immer an ihrer Seite, um Beatrice zu ermutigen und zu betreuen. In einer offiziellen Ankündigung teilte Florian mit, wir freuen uns sehr, ein neues Mitglied in der Familie begrüßen zu dürfen. Unser kleines Mädchen ist das Ergebnis der Liebe und starken Bindung zwischen Beatrice und mir. Beatrice war voller Glück und konnte ihre Gefühle nicht verbergen. Mutter zu sein ist das größte Glück in meinem Leben. Unser kleines Mädchen ist ein unbezahlbares Geschenk und ich bin äußerst dankbar, Florian an meiner Seite zu haben, um diese wundervollen Momente zu teilen. Punkt. Fans und Freunde des Paares schickten über soziale Netzwerke und Medien tausende von Glückwunsch-Nachrichten. Viele Menschen äußerten ihre Freude und den Wunsch, die ersten Bilder des kleinen Mädchens zu sehen. Auch einige Kollegen aus der Unterhaltungsbranche schickten Segenswünsche und Blumen ins Krankenhaus, um Beatrice und Florian zu gratulieren. Dieses Ereignis ist nicht nur eine persönliche Freude für die Familie von Florian und Beatrice, sondern auch eine positive Nachricht in der deutschen Unterhaltungsszene. Es wird erwartet, dass das neue Mädchen dem Paar mehr Freude und Glück bringt und weiterhin eine Quelle der Inspiration für die Fans ist. Beide Stars gaben bekannt, dass sie sich vorübergehend von der Arbeit zurückziehen werden, um sich um ihr kleines Mädchen zu kümmern und die ersten Momente des Familienlebens zu genießen. Diese Entscheidung wird von vielen Fans unterstützt, denn jeder wünscht sich glückliche gemeinsame Momente. Wir gratulieren Beatrice Egli und Florian Silbereisen und wünschen ihnen viel Gesundheit und Glück mit ihrem kleinen Mädchen. Dieses Ereignis markiert nicht nur einen wichtigen Meilenstein in ihrem Leben, sondern ist auch ein lebendiger Beweis für die Würde. Als sie ihren Sohn ansah, sank fast sofort etwas in ihr zusammen. Das Gesicht des Babys sah nicht gerade normal aus. Seine Stirn war voller Falten. Seine ungewöhnlich großen Augen nahmen einen großen Teil seines kleinen Gesichts ein. Und das Verhältnis von Mund zu Kinn war seltsam ungleich. Um es einfacher auszudrücken, der kleine Säugling liegt einem hässlichen alten Mann im Körper eines Babys. Er sah weder ihr noch Percy ähnlich. Sofort wurde die Luft im Raum schwer vor Enttäuschung. Und bevor sie sich versah, verließ Percy sie und machte sich nicht die Mühe, ein Wort zu ihr oder ihrem neuen Sohn zu sagen. Ein paar Wochen später hatte sich die Situation zu Hause für die Butlers drastisch verändert. Percy hatte sich nicht einmal die Mühe gemacht.